Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir machen heute ein richtig geiles Beef brisket mit unserem Gasgrill und ich habe mir keinen geringeren Anspruch gesetzt, als euch die perfekte Anleitung zu liefern, wie ihr, selbst wenn ihr es noch nie vorher gemacht habt, das perfekte brisket mit eurem Gasgrill hinbekommt. Und ich habe dafür in der Vorbereitung viele eher schlechte briskets gemacht und ihr könnt jetzt aus meinen Fehlern lernen. Los geht's! Für die Zubereitung schaut ihr euch einmal euer Brisket an, dreht es einmal um auf die Seite, die meistens nicht so fettig ist und dann habt ihr unten relativ flach und lang das sogenannte Flat von eurem Brisket und ihr habt dann auf einer Seite hier so eine Erhöhung, wo noch ein anderer Muskel oben drauf sitzt, das ist das sogenannte Point. Und wenn wir uns das so mal anschauen, dann sehen wir neben dem intrazellulären Fett, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch das bestellt oder kauft, auch ganz viel außenliegendes Fett. Und das könnt ihr alles runterparieren. Einfach nach eurem Geschmack. Da braucht ihr gar nicht viel drauf achten. Wenn ihr das seht, dann seht ihr das meistens von irgendwelchen Grillmeisterschaften, wo die das extra machen für eine Grillmeisterschaft. Da trimmen die sehr, sehr viel von weg. Für den Privatgebrauch braucht ihr das überhaupt nicht machen. Trimmt einfach so viel weg, wie ihr euch sicher seid, dass ihr das gut hinbekommt und dass ihr nicht zu viel Fleisch wegschneidet. Und was dran bleibt, das bleibt dran. Das ist nach dem Geschmack auch überhaupt nicht abträglich. Die meisten parieren so viel Fett weg für den Wettkampf, weil sie eine schöne Oberflächenstruktur haben wollen. Das hat aber mit dem Geschmack nachher gar nichts zu tun. Deswegen für euren Privatgebrauch. Nehmt euch ein scharfes Messer, versucht euch mal so ein bisschen aus, so ein bisschen was wegzuparieren. Und was nachher an Fett dran bleibt, bleibt dran. Schneidet nur nicht zu viel Fleisch weg. Was ihr auf jeden Fall wegschneiden solltet, da haben wir hier so eine Schnittfläche, wo das Flat einmal abgetrennt ist. Das verfärbt sich meist so ein bisschen gräulich. Das auf jeden Fall wegschneiden und wegschmeißen. Das restliche Fett solltet ihr nicht wegschmeißen. Das könnt ihr auslassen, das könnt ihr für Burger und so weiter benutzen. Also da gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt da keinen Verwendungszweck für, ihr macht euer Hackfleisch nicht selbst, dann ist das natürlich etwas, dass das Abschnitt, das wandert hin und wieder mal in den Müll. Auch bei den Leuten, die das nicht zugeben wollen. Ich bin jetzt so zufrieden. Ich habe jetzt hier auf dem Flat ein bisschen was an Fettdecke gelassen. Das würde ich euch auch raten. Beim Point habe ich so viel wie es geht runtergetrimmt. Und auf der anderen Seite habe ich einfach die großen Fettstücke weggetrimmt und so ein bisschen das Fleisch abgeschabt. Da haben wir so ein paar Fettstücke noch mit runterbekommen. Ich habe mich dafür so Stück für Stück vorgearbeitet. Würde ich euch auch raten, einfach Stück für Stück so langsam das Point vom Fettdeckel befreien und gucken, bis ihr beim Fleisch seid. Man schneidet vielleicht hin und wieder mal ins Fleisch rein. Ganz so schlimm ist es nicht. Für einen Wettkampf wäre das natürlich schlimm, aber wir machen keinen Wettkampfbrisket. Dem Geschmack ist das nicht abkömmlich. Und danach, wenn wir das so haben, dann haben wir überall so kleine Ecken und Kanten. Und da sagt der Oliver Sievers immer, man müsste das aerodynamisch zuschneiden. Hat natürlich nichts mit Aerodynamik zu tun. Das ist dem Brisket relativ egal. Aber das hat den Hintergrund, dass uns diese Ecken nachher auf dem Grill nicht verbrennen. Und wenn wir die abschneiden und die Abschnitte nachher nutzen, dann haben wir die nachher besser verwendet, als wenn wir sie dranlassen und verbrennen lassen würden. Wenn ihr die aber eh nicht nutzt, dann lasst ihr die Ecken dran. Im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt direkt schon um die Grilleinstellungen, damit wir den richtig eingependelt bekommen. Weil wir wollen gleich circa 150 bis 180 Grad, maximal 180 Grad Deckeltemperatur haben. Und da muss man einfach herausfinden, bei seinem Grill, wie die richtigen Brennereinstellungen dafür sind. Ihr braucht auf jeden Fall zwei Brenner, und zwar die beiden äußeren. In die Mitte kommt gleich unser Brisket. Und die beiden äußeren Brenner, die kommen so auf circa mittlere bis dreiviertel Stufe, dass ihr nachher 150 bis 180 Grad Deckeltemperatur habt. Ihr müsst es nämlich so einregeln, dass die Deckeltemperatur unter 180 Grad ist und trotzdem eure Räucherbox gleich anfängt zu smoken. Und deswegen braucht ihr mindestens mittlere Stufe. Bei einem Broilking vielleicht auch niedrigste Stufe, je nachdem, was das für ein Broilking ist. Aber ansonsten sage ich jetzt mal mittlere bis dreiviertel Stufe. Während wir den Grill jetzt einregeln, wird unser Brisket einmal gerubbt. Das bedeutet, ihr nehmt euch eine Gewürzmischung eurer Wahl. Ihr könnt es ganz basic behalten mit Salz, Pfeffer, bisschen Knoblauch. Das ist so der traditionelle Rub für einen Brisket. Oder ihr nehmt einen Beef-Rub eurer Wahl. Denkt dabei an unsere Gewürze. Ich verlinke es euch mal unten in der Beschreibung. Und damit rubben wir jetzt alles einmal wirklich großzügig ein. Richtig großzügig. Guckt, dass so viel wie möglich davon hängen bleibt. Das ist ein richtig dickes Stück Fleisch. Und das braucht auch richtig viel Gewürz. Wenn der Grill eingeregelt ist, das Brisket vorbereitet ist, dann kümmern wir uns um unsere Räucherpäckchen beziehungsweise Boxen. Ich nutze jetzt einmal hier so eine Edelstahlbox und einmal das mit Alufolie, damit ich euch beide Varianten zeigen kann. Und ihr solltet auch zwei Boxen gleichzeitig nutzen. Das bedeutet, die eine packe ich jetzt über den einen Brenner und das Päckchen mit der Alufolie packe ich über den anderen Brenner. Dadurch haben wir nämlich noch mehr Rauch in unserem Gasgrill. Und bei Gasgrill ist das Räuchern nie ganz so stark wie bei einem Smoker. Das sollte euch klar sein. Aber mit dieser Methode kriegt ihr trotzdem richtig schönes Raucharoma an euer Fleisch ran. Ich nehme am liebsten zum Räuchern Apfelchips. Ich habe jetzt hier aber nur noch Kirsche, weil ich eben die Apfelchips für mich verbraucht habe. Kirsche kommt bei mir aber geschmacklich direkt danach. Deswegen tut das dem Ganzen keinen Abbruch. Wie gesagt, die Päckchen über die Brenner. Ich habe jetzt pro Päckchen zwei Hände voll Räucherchips genommen und das Alupäckchen einmal oben mit dem Messer ein bisschen eingepiekst. Unten ist nur eine Schicht Alufolie und oben drüber ist es zusammengeklappt. So wird es am besten anfangen zu smoken. Und da darf jetzt unser Brisket gleich drauf Platz nehmen. So ein Brisket ist ein Riesenteil an Fleisch. Dafür ist ein Vierbrenner gerade so okay. Mit einem Dreibrenner bekommt ihr ehrlich gesagt schon ein paar Probleme. Dann müsst ihr gucken, dass sie es wirklich zusammenstaucht und in die Mitte über den mittleren indirekten Brenner gelegt bekommt. Hier legen wir es jetzt schräg über die inneren beiden Brenner, damit wir es nicht direkt liegen haben. Wir haben trotzdem hier diese Ecke so ein bisschen direkter. Und hinten, da haben wir natürlich mit dem Point einen etwas dickeren Teil. Den haben wir auch ein bisschen direkter. Das wird dem Ganzen nachher keinen Abbruch tun. Trotzdem werden die besten Stücke natürlich nachher die, die hier in der Mitte liegen. Hier am Rand wird es vielleicht ein Ticken trockener. Aber das wird trotzdem optimal. Besser kriegen wir es jetzt hier nicht gelöst, als das Brisket wirklich so schräg hier drüber zu legen. Die Räucherboxen so hinlegen, dass die noch so ein bisschen Hitze abschirmen können. Und dann nachher, dass der Rauch richtig schön hier die ganze Zeit ums Brisket rumkommt. Mit dieser Methode habe ich die besten Erfolge bisher erzielt. Jetzt lassen wir das Brisket drei Stunden lang im Rauch. Wir müssen aber jetzt jede Stunde einmal unsere Räucherpäckchen wechseln. Das bedeutet insgesamt dreimal müssen wir Räucherholz nachlegen, damit es nachher auch den gewünschten Rauchgeschmack annimmt. Ihr könnt das auch mit zwei Stunden machen. Das führt beim Gasgrill nur dazu, dass der Rauchring bzw. der Rauchgeschmack einfach nicht so intensiv wird. Wenn ihr das mögt, dann macht ihr es mit ein bisschen weniger Rauch. Dann verkürzt ihr jetzt die Phase des Räuchern. Das Ergebnis wird nachher trotzdem genauso gut. Ihr könnt auch dieselben Temperatureinstellungen für euren Smoker benutzen. Da reichen dann auch zwei Stunden Smoke. Und danach packt ihr das Brisket ein. Das zeige ich euch im nächsten Schritt. Aber bis dahin denkt dran, das Rezept für heute findet ihr unten wieder in der Videobeschreibung als schriftliches Rezept bei uns auf der Webseite und natürlich wieder als PDF zum Ausdrucken. Und wenn ihr diese Mühe zu schätzen wisst, lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar. Schreibt mir, wie ihr es macht, wie eure Erfahrungen waren. Und wenn ihr Bock habt, das nachzumachen und eure Ergebnisse dann zu zeigen, dann kommt gerne auch in unsere Facebook-Gruppe rein. Oder schaut euch hinter den Kulissen so ein Videodreh mal auf Instagram an. Alles unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar verlinkt. Und solltet ihr es noch nicht gemacht haben. Ein Abo würde mich sehr freuen. Jetzt geht's weiter. Zwei Stunden sind bereits um. So sieht das Brisket jetzt schon aus. Ich habe einmal noch mal Räucherchips nachgelegt und das Brisket zieht sich immer weiter zusammen. Deswegen drehe ich es jetzt immer mehr, dass es immer gerade im Grill liegt, damit ich immer weniger Hitze von den Seiten hier am Brisket dran bekomme. Eine Stunde brauchen wir noch und dann kommt der nächste Schritt. Drei Stunden sind um. Es sieht fantastisch aus. Nicht wundern, auf der Kamera wirkt es dunkler, als es in echt ist. Aber selbst wenn es bei euch so dunkel sein sollte, wie es jetzt hier aussieht, ist es nicht schlimm. Das ist nicht verbrannt. Wir werden jetzt im nächsten Schritt unser Brisket einpacken. Entweder macht ihr das mit einer IKEA Consis Form oder mit Butcher Paper. Ihr habt beides zur Auswahl. Ich empfehle euch jetzt hier bei einem Brisket tatsächlich Butcher Paper. Ich verlinke euch mal das preis- leistungstechnisch beste unten in der Beschreibung. Da gibt es nämlich preislich ganz große Unterschiede. Es ist ein relativ neues Produkt so auf dem deutschen Markt und natürlich ist es dann einfach auch ein bisschen teurer. Aber es gibt auch günstigere Anbieter, die immer preis- leistungstechnisch besten Angebote findet ihr bei uns unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr das mit der IKEA Consis Form macht, dann unten ein bisschen Flüssigkeit rein, dann euer Rost umgedreht in die IKEA Consis Form, darauf das Brisket, das müsste mittlerweile hier reinpassen. Das hat ja ein bisschen an Volumen verloren. Und dann eine zweite IKEA Consis Form oben drüber und das Ganze dann dämpfen lassen. Oder, das machen wir nämlich heute nicht, wir machen es mit Butcher Paper. Ihr wickelt das jetzt gleich richtig schön stramm in ein, zwei Lagen Butcher Paper ein. Bei der IKEA Consis Form brauchen wir unten relativ viel Flüssigkeit. So knappen Liter ungefähr könnt ihr da mal anpeilen. Jetzt hier mit dem Butcher Paper brauchen wir nur so einen Schluck, so einen Schuss Wasser, Apfelsaft oder auch einfach einen Schuss Barbecue Soße. Einfach nur als Starthilfe. Das Brisket, ihr habt gesehen, wie sehr das jetzt schon tropft, das gibt natürlich jetzt auch noch richtig Saft ab. Und dieser Saft reicht aus, um das hier in dem Butcher Paper zu dämpfen, in Anführungszeichen. Dämpfen tun wir es in der IKEA Consis Form tatsächlich. Mit dem Butcher Paper wird es nicht ganz so von der Oberflächenstruktur des Rubs nicht ganz so matschig, sage ich jetzt auch mal Anführungszeichen, weil auch das Dämpfen ist an sich nicht schlimm. Also egal, wie ihr es machen wollt. Ich allerdings finde tatsächlich, das Butcher Paper hat einen entscheidenden Vorteil. Darauf will ich aber in diesem Video gar nicht eingehen. Da machen wir mal ein extra Video zu. Das kommt dann in Zukunft. Das ist ein Vorteil. Da haben viele noch gar nicht drüber geredet und ich habe ihn auch nur durch Zufall herausgefunden. Beim Butcher Paper ist jetzt wichtig, dass ihr es einfach richtig schön eng umwickelt. Sollte eine Bahn nicht ausreichen, macht ihr noch eine zweite Bahn drum. Aber richtig schön eng und dann legt ihr es nachher unten auf die Seite, wo ihr es verschlossen habt, damit es auch richtig schön dicht bleibt. Und so darf es jetzt bei denselben Einstellungen wie gerade auf unseren Grill. Und wir können auch die Smokeboxen noch drin lassen. Die dürfen jetzt noch zu Ende ihren Rauch abgeben. Ob da jetzt wirklich was durchkommt oder nicht, sehe ich ein bisschen strittig, ob das notwendig ist oder nicht. Aber wir müssen es jetzt nicht entsorgen. Wir können alles so lassen wie vorher. Bei 150 bis 180 Grad, nicht unter 150 Grad bitte, darf das Brisket jetzt wieder auf den Grill in den indirekten Bereich. Für weitere fast drei Stunden. Wir müssen jetzt gleich einmal nach zwei Stunden nachgucken und wir versehen es mit einem Kernthermometer. Wir haben jetzt zwei Messsonden eingestochen. Eine ins Flat, eine ins Point. Im Point sind wir natürlich von der Kerntemperatur noch nicht so hoch. Und ihr solltet immer nach der niedrigeren Temperatur gehen. Und die wollen wir auf exakt 96 Grad haben. Nicht 92, nicht 93, nicht 95. Nein, 96 Grad. Warum? Das Brisket, das lebt davon, dass es nachher richtig zart und zerfallig wird. Zerfallig in Anführungszeichen, weil es soll nicht einfach auseinanderfallen. Aber ihr solltet es mit wenig Zug auseinander bekommen. Und dafür müssen die Kollagenstrukturen im Brisket zerfallen sein. Und dafür brauchen die Zeit. Bei über 90 Grad fängt das zwar an, dass die zerfallen. Aber wenn wir das zu früh runternehmen, dann sind die noch nicht zerfallen. Und dann ist es zwar saftig, aber es ist zäh. Und wir wollen es richtig schön weich haben. Und das erreichen wir nur über Zeit. Und deswegen lassen wir es jetzt bis 96 Grad Celsius ziehen. Wenn es fertig gezogen ist bei 96 Grad, dann müssen wir ein bisschen was am Grill ändern, weil es ist dann noch nicht fertig. 96 Grad sind geschafft. Und jetzt kommen wir in die letzte, schrägstrich vorletzte Phase. Und zwar werden wir jetzt einen Brenner ausdrehen. Und werden unser Brisket inklusive der Verpackung einmal von dem anderen Brenner, der jetzt noch an ist, ein bisschen wegschieben. Und jetzt darf das Brisket im Grill ruhen. Mit einem Brenner wird jetzt die Temperatur so langsam auf 90 Grad absinken. Wir können den Brenner auch noch ein bisschen weiter runterdrehen, dass wir nachher unter 100 Grad haben. Denn über 100 Grad, dann würde das Brisket vielleicht mit der Zeit übergaren. Wir wollen es jetzt aber warm halten. Das heißt, diesen einen Brenner, ich drehe den jetzt bei mir wirklich auf absolut niedrigste Stufe. Dann habe ich hier nämlich eine Deckeltemperatur von circa 90 Grad Celsius. Wie gesagt, wichtig ist unter 100 Grad. Zwischen 90 und 95 Grad solltet ihr das Ganze einregeln. Und hier darf jetzt unser Brisket inklusive Kernthermometer wieder ein bisschen runterkühlen. Und zwar runter auf minimal 90 Grad Celsius. Warum? Das ist jetzt schon die erste Ruhephase, wo die Kollagenfasern sich jetzt noch mehr zersetzen. Und damit wird das Brisket gleich perfekt. Wenn ihr diese Phase jetzt weglassen würdet, dann hättet ihr das Brisket zwar auf der gewünschten Kerntemperatur, aber es wäre nicht so zart, wie es sein könnte. Ist ein großer Fehler. Es würde auch jetzt schon auf der Kamera richtig gut aussehen. Aber geschmacklich wäre es einfach noch zu bissfest. Man müsste noch zu sehr ziehen, damit man da wirklich durchbeißen kann. Man kann einfach noch nicht so zart da durchbeißen, weil die Kollagenstrukturen sich noch nicht vollends zersetzt haben. Dafür brauchen wir jetzt diese Phase. Circa eine Stunde würde ich dem jetzt Zeit geben. Und wenn das Kernthermometer auf 90 Grad anzeigt, dann packen wir es raus. Und dann kommt die eventuell letzte Phase. Da könnt ihr aber für euch entscheiden, ob ihr die macht und wie lange ihr die macht. Da kommen wir gleich drauf. Das Brisket war jetzt nochmal genau für eine Stunde auf dem Grill bei 90 Grad Deckeltemperatur und ist jetzt von der Temperatur auf 90 Grad Celsius gefallen. Und jetzt ziehen wir die Kernthermometer raus und ihr könnt beim Rausziehen schon spüren, ob euer Brisket quasi schon fertig ist oder jetzt nochmal im letzten Schritt ein bisschen benötigt. Wenn ihr es nämlich wunderbar flüssig rausbekommt und wie in so Butter immer wieder reinstechen könnt, dann wisst ihr, ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Sollte das Thermometer jetzt noch ein bisschen haken, dann müsst ihr jetzt die letzte Phase entsprechend ein bisschen länger machen. Nämlich, wir packen jetzt unser Brisket einmal vom Grill runter. Ich packe es ein bisschen Alufolie ein und danach in die Styroporbox. Das liegt daran, dass wenn ich das mit der Alufolie nicht machen würde, ich mir die Styroporbox versauen würde, weil das wird gleich triefend nass hier aussiffen. Mit der Alufolie schütze ich die Styroporbox und kann somit die Styroporbox mehrfach verwenden. Dafür muss die Alufolie in den Müll oder ihr verzichtet auf die Alufolie, dafür muss danach die Styroporbox in den Müll. Sucht euch das kleinere Übel für euch aus. Mein Brisket ist jetzt schon sehr, sehr weit vom Gefühl von den Kernthermometern und ich werde das jetzt hier nur noch für eine Stunde in der Styroporbox lassen. Ihr könntet das hier aber stundenlang drin lassen und es wird nicht schlechter, ganz im Gegenteil immer besser, weil eben das Runterbrechen der Kollagenstrukturen jetzt weiterhin noch stattfindet, während das hier wirklich ruhen kann. Und es wird dadurch einfach immer weicher und aromatischer. Ich empfehle, dass ihr euch hier ein bis drei Stunden Zeit lasst. In meinem Fall nehme ich jetzt eine Stunde, damit wir auch mit dem Video zügig durch sind. Ihr könnt es aber auch drei Stunden machen und wie lange ihr es hier drin lasst, ist gar nicht so wichtig. Plant einfach, wenn ihr sagt, meine Gäste kommen 18, 19, 20 Uhr, beziehungsweise ihr wollt um 18, 19, 20 Uhr essen, dass ihr um 10 Uhr anfangt. Dann braucht ihr circa sechs, sieben Stunden am Grill plus nochmal eine halbe Stunde Vorbereitung und dann lasst ihr es einfach hier drin ruhen, bis ihr essen wollt. Und dann packt ihr diese Kiste auf den Tisch, packt es aus, schneidet es an und alle werden vom Stuhl fallen. Für mich dauert es jetzt noch eine Stunde und ihr seht jetzt richtig geile Bilder von einem richtig geilen Brisket. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Das Brisket ist fast komplett verputzt. Wir machen jetzt hier aus diesen Abschnitten, die habe ich einmal gewürfelt, machen wir gleich noch Burnt Ends. Wenn euch das interessiert, lasst ein Abo da. Zum Brisket selber, es war wirklich herausragend. Wundert euch nicht, wenn das Brisket von außen ein bisschen dunkler aussieht, also eine Farbe annimmt, wo wir eigentlich denken, dass es verbrannt ist. Das ist es beim Brisket dann nachher nicht. Ich kann euch mal erklären, woran das liegt. Dazu aber noch einen kleinen Tipp. Nehmt einen Rub mit möglichst wenig Zuckeranteil. Je weniger Zucker drin ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass nachher irgendwas bitter schmeckt, weil der Zucker könnte während dieses langen Garprozesses natürlich verbrennen. Der Rauchgeschmack war auf jeden Fall da. Klar, er könnte noch intensiver sein. Das kriegen wir mit einem Smoker besser hin als mit einem Gasgrill. Aber wir haben das Maximum rausgeholt. Wir haben sogar einen ganz kleinen, aber feinen Rauchring. An manchen Stellen sogar ein bisschen mehr. An anderen Stellen wirklich nur so anderthalb Millimeter dick. Aber er war auf jeden Fall da. Und vor allem beim Probieren hat man den Rauch geschmeckt. Und darauf kommt es an. Von der Struktur her war es wirklich ideal. Es war eigentlich wettkampfgemäß. Das heißt, ich konnte es über den Finger legen und es ist richtig schön auf beiden Seiten runtergefallen. Es ist aber, wenn man es angefasst hat, nicht sofort auseinandergefallen, sondern man hat einmal dran gezogen und zack, es ist automatisch auseinandergegangen. Und genau so sollte es sein. Alles, was jetzt hier an Fett noch dran war, das könnt ihr nach dem Zubereiten einfach abschneiden, wenn ihr es nicht haben wollt. Und wenn ihr es haben wollt, dann lasst ihr es dran. Vor allem das Kollagen hier beim Brisket macht richtig viel Geschmack aus, weil dadurch, dass das richtig schön zersetzt ist, ist das wie so eine klebrige, richtig zart-sanfte Angelegenheit im Mund. Und das macht den Geschmack bei einem Brisket aus. Und das haben wir hier über diese Zeit wunderbar erreicht. Man hätte es vielleicht noch eine Stunde länger ruhen lassen können. Dann wäre das nochmal ein bisschen mehr eingetreten. Aber wie gesagt, es war letztendlich so, wie man es beim Wettkampf auch haben möchte. Und deswegen habe ich hier überhaupt nichts dran auszusetzen. Und ich bin mir sicher, wenn ihr meiner Anleitung folgt, die ihr auch bei uns auf der Webseite unten in der Videobeschreibung, ist der Link dazu, findet. Und nochmal als PDF auch noch, die ihr beim Grillen daneben legen könnt. Dann werdet ihr exakt genau so ein Ergebnis auch erreichen. Die Zeiten nicht zu eng sehen, sollte die Kerntemperatur bei euch vorher schon erreicht sein. Ob das jetzt zweieinhalb Stunden dauert, zwei Stunden 15, zwei Stunden 45, drei Stunden, spielt überhaupt keine Rolle. Plant mal so sechs, sieben Stunden ein. Und dann noch eben das Warmhalten in eurer Styroporbox oder in irgendeiner anderen Box, wo ihr es warmhalten könnt, für ein bis drei oder auch vier Stunden. Ist auch nicht so schlimm. Hauptsache dann, wenn die Gäste kommen, könnt ihr das Brisket rausholen und es ist 1A. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen netten Kommentar und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.